Holz hilft, Millionen von Menschen mit sauberem Trinkwasser zu versorgen, Essen zu kochen und Unterkünfte zu bauen. Aber Holz kann noch viel mehr. Es kann Wolkenkratzer bauen und sogar Plastik ersetzen. Durch wissenschaftlichen Fortschritt verändert Holz, wie wir die Welt sehen. Wie wir uns kleiden und wie wir uns klimafreundlich fortbewegen. Durch Nanotechnologie kann Holz uns helfen zu genesen und neue Heilmethoden zu finden. Holz bringt uns sogar in den Weltraum. Wenn Wälder nachhaltig bewirtschaftet werden, ist Holz eine erneuerbare Ressource. Entscheide dich für nachhaltiges Holz, den Menschen und der Umwelt zuliebe. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.